Hi, ich bin Lisa und hier ist die Motocross vom Roten. So Leute, angekommen hier im Benzdorf. Das erste Rennen dieses Jahr 2022 und heute sind die Ladies am Start und MX1 und Senioren. Und wenn es euch gefällt, dann abonniert mich und liked den Kanal. Bis dann, der rote. Alter, Brigade oder bruch ihren Start, Benzdorf 2022. Geballte MX-Power wieder am Start, Alter. Oh, 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 oh WDR mediagroup GmbH 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020